Hier kannst du, äh, Dings machen. So. Ja, ich geh da nochmal auf Monsterjagel hinten. Hier ist wieder eine Spinne. So, ich hab noch zwei. Wie viel brauchen wir noch? Ähm, acht brauchen wir insgesamt. Wie viel haben wir jetzt? Nimmst du die zwei? Moment. Wo hast du die denn? Ach, da. Ja, dann brauchen wir jetzt noch sechs. Oh, wieso so viel Creeper? Oh nein. Ja, ich brauch dann wieder ein bisschen, äh, Weg. Jetzt los. Oh, jetzt brauch ich ein bisschen mehr. Ich hab sechs Stück. Brauchst du mehr als sechs Stück? Okay. Nee, ich glaub sechs dürften gerade so reichen. Wo sind denn sechs? Ah, bei mir im Moment. Wo hast du denn jetzt runtergefallen? Ich bin, ähm, bei einem Cobblestone-Generator reingefallen. Beim Abbauen. Okay. Moment, ähm... Ja, unter unserem Haus musst du eine Fackel hinsetzen, weil sonst haben wir da bald, äh... Auch Monster, wenn wir beide zusammen weggehen. Ja, okay. Reicht, reicht, reicht. Nicht so viel. So. Noch eine Fackel. Zwei Kaktusgrün haben wir übrigens. Und dann... Na? Vier Fackeln. So, das kommt da wieder rein. Brauchst du was zu essen? Ah, 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 ah. Wow. Ach, Mann. Ah, nein, 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 nein! Aber du lebst noch. Was schreist du denn? Ja. Ja. Ich hab noch eine Spinnenseide ergattern können. Wie viel fehlt noch? Ähm, im Moment, ich häng grad im Wasser fest. Noch ein paar fehlen. Noch ein paar, auf jeden Fall. Grad mal drei. Ja. Wir brauchen... Viele. Wir haben ja gerade mal eine Wolle. Ja, fünf brauchen wir. So, wir könnten aber... Jetzt haben wir endlich Tag. Jetzt könnten wir versuchen, den Nähter anzuzünden. Hier magst du ein Brot haben. Mhm. Ach so, ähm, Knochenmehl haben wir keins mehr, ne? Nee. Nee, glaub ich nicht. Ähm, kannst du das dann die Lava mal einpacken? Ähm, ja. Lava ist eingepackt. Was brauchen wir noch? Holz hab ich auch schon. Lava, du kannst noch ein Schwert mitnehmen. Okay. Den Bogen lass ich mal lieber hier. Ich hab ein Schwert bauen. Okay. Hm, dann bin ich mal gespannt. Ähm, wieso ist das Obsidian jetzt aus Holz? Äh, ich bin doch da... Ach so, das steht da vor. Och nee. Och, Lori. Ja Mann, aus meiner Perspektive sah das so aus, als hättest du das ersetzt. Karte sich kaputt. Ja, danke. Jetzt hab ich kein Schwert mehr. Wir haben nur noch ein Cobblestone. Da müssen wir einen Cobblestone machen. Ach so, da hast du die Lava ja mitgenommen. Ich hab die Lava mitgenommen, ja. Ja. So. Für was willst du jetzt Cobblestone? Wegen nem Schwert. Ach so. Wegen nem Schwert. Wird eigentlich unbewaffnet in den Nähtechnik. Ich hab jetzt Cobblestone. Ich hab schon. So. So. Okay. In die Kiste. Achso, ah. Ich bin durch dich durchgegangen. So. Jetzt klappt's doch eigentlich ganz gut. So. Okay, dann musst du die Lava mitnehmen und dann versuchen wir das mal. Wenn du die oben drauf platzierst. Hast du noch Kabelstunden oder so zum Draufbauen? Nö. Ich hätte Holz. Setze einfach mal da dran. Also stell dich hier oben hin und dann... Wo hättest du die gerne jetzt da hin? Ich würde die hier auf die Ecke setzen. Auf welche Ecke? Die rechte Ecke. Von dem Portal. Obendrauf. Ja. Auf Portal oder aufs Holz? Aufs Holz. Und dann wieder wegnehmen. Also gleich. War zu kurz. War zu kurz, ja. Wird nicht so nah an der Kante stehen. Wir haben nur einen Becher. Brennt es jetzt? Hörst du irgendwas? Ja, ich höre noch nix. Sehr schwer brennendes Holz. Kamin kann man damit nicht machen. Ah, ah ja. Zuerst waren fast. Aber es entzündet sich nichts. Ich weiß eh nicht, wie das geht. Also wie das gehen soll jetzt eigentlich. Das heißt, wenn vor dem Portal Feuer ist, sollte es angezündet werden. Vielleicht muss das innen, vielleicht muss das ja im Portal brennen, das weiß ich. Ja, vielleicht sollten wir es, ja, besser im Portal. Probier das mal. So. Ja, ich setz mal in Portal des Holz. Dann lässt du irgendwie, ja. Am besten unten hin, damit ich oben drüber die Lava kippen kann. Ja, eins vielleicht wieder weg machen, damit ich die Lava da... Naja, wenn du es davor setzt, dann... Ja, gut. Oder obendrauf, obendrauf vielleicht, wo der Schnee liegt. Das kann ich gerade nicht anklicken. Da komme ich nicht drauf. Äh. Hüpfen und dann die Lava setzen? Nein! Sie ist weg. Was? Ich habe sie da oben drauf gesetzt. Im selben Moment war sie weg. Du hast sie noch im Karton. Was? Die ist nicht mehr... Also bei mir hast du sie noch. Nee, bei mir ist sie nicht im... Ach, jetzt. Ich habe nochmal geklickt. Das war irgendwie ein... Das muss ein... Kann den Schnee auch weg machen. Nicht, dass die die... Der Schnee, die Lava... Ja, irgendwie jedes Mal, wenn ich das mache, ist bei mir die Lava weg. Einmal kurz. Das dauert... Sehr merkwürdig. ...klippst du lange. So. Komischerweise... Sinde einen fatal an. Bei mir ist nämlich komischerweise jetzt immer noch... Ähm... Ich sehe immer noch Lava in meinem Eimer. Wie sieht es denn bei dir aus? Halte ich ihn leeren? Nein, jetzt ist leer. Sehr merkwürdig. Ich... Ich habe einen Lava-Eimer-Bug. Brenne, brenne. Hm. Wir müssen einfach mal warten. Es müsste sich ja entzünden, also. Tja... Kann ich letztes noch mal oben drauf? Ach, jetzt brennt's. Ich den Block noch wegmachen. So, bitte jetzt abbrennen und entzünden. Also, ich meine, aktivieren. Das... Das... Wäre ne... Ich setze es noch oben drauf, dass nicht nur eins brennt, sondern alles brennt. Ach. Nehmen wir die Lava-Kratus-Feuer gelöscht. Sehr merkwürdig. Ansonsten, ähm, vielleicht kannst du ja nebenbei mal kurz googeln, wie man das sonst macht, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders machen sollte. Ja, ich guck mal grad. Äh. Dein Block und dann, äh, Portal entzünden. Joa, Leute, so schwer ist das, ein Portal anzünden ohne Feuerzeug. Tja. Bei Eisen haben wir ja jetzt hier nicht. Es brennt gerade nochmal da. Ich soll... Hat gerade dick Feuer gefahren. Ah ja, okay. Wir warten einfach mal, bis das Holz jetzt drinnen abgebrannt ist. Hm. Ich muss das Holz davor sitzen. Und dann... Ja, ich geh mal grad runter. Irgendwie gefällt mir ja nicht, dass die Lava da unten hängt. Äh. Ja, jetzt ist, glaub ich, der Holzbock im Weg. Ja, ja, ich mach ihn grad mal weg. So. Ja, jetzt springt er aber schon über. Und jetzt müsste vielleicht ein Funke überspringen, dass das halt dann aktiviert wird. So ein bisschen wie so ein Kaminfeuer zugucken. Es brennt da alles drumherum, aber es brennt einfach nicht, dass Ding in sich... Ja, wieso brennt... Cobblestone. Kann ja wohl nicht sein. Och, Eluri, kannst du nochmal gucken, wie muss das doch gehen? Ja, Moment. Ich will erstmal nach oben, nicht, dass ich noch anfange auch zu brennen. Ich lese weiter, ich guck mal, ob ich noch irgendwas finde. Spannende Stunden, Eluri. Und Motoko. Wie schaffe ich es, ein Portal anzukommen? Hier, die Holz-Lava-Methode ist die einzige, die funktioniert. Kann ein bisschen dauern. Poste mal einen Screenshot. Okay, und wie haben die das gemacht? Da war kein Screenshot, aber haben auch gesagt, Holz und Lava. Aber es wird eine Weile dauern. Ansonsten zünden wir es halt gleich ein. Weil wir haben es auf jeden Fall versucht, also... Eben. Das kann keiner sagen. Also jetzt ist das aus, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Eluri, jetzt lassen wir uns das einfach anzünden. Ich mache jetzt Game-Mode und zünde das an. Ja, das ist ja doof. Verarsche hochziehen. Ich denke, wir sind schon auf dem richtigen Weg, aber anscheinend... Entweder dauert es ewig, oder keine Ahnung. Ja. So, ach, jetzt habe ich kurz weggeguckt und schon ist es an. Du kannst es ja in der Aufnahme nochmal gucken. Ich habe mich gerade zu unserem Haus hinter geguckt. Ich hatte Angst, dass da irgendwas spawnt und unser Haus kaputt macht. Aber es steht noch. Naja, solange wir nicht da sind, passiert ja nichts. Okay. Gut, willst du zuerst rein? Ja, okay. Mal schauen, wo wir rauskommen. Hoffentlich nicht irgendwo, wo ich mich keinen Millimeter bewegen darf. Teleportierst du dich schon? Nein, irgendwie klebe ich immer noch hier drin. Du drehst es noch fest? Ja. Vielleicht kommst du auch mit rein? Ja, ich komme mal hoch. Bei mir wackelt's, wackelt's, wackelt's... Wackelt's immer noch. Jetzt kommen wir nicht in den Liter, oder was? Ich sehe lila und es wackelt, aber irgendwie will es nicht los. Au. Irgendwie habe ich mich gerade... Huch. Aua. Ach da, scheiß Bogenschütze. Ich wollte gerade sagen, irgendwie hat mir wehgetan.